So, Match gefunden. Jetzt darf es noch laden. Hängt es bei dir auch? Ah, jetzt. Das sollte man ja eigentlich machen, wenn... Obwohl, die sind von der Erde ziemlich gut. Ja, Silber und Gold. Norweger. Norweger sind krass. Ah, die sind schon... Haben ja auch sonst nicht viel zu tun, ne? Ja, da oben. Kannst halt nur frieren, spazieren gehen. Ich hab Märchen aufgewählt. Ja, sie lieben mal. Welchen? Eine Rolle ausgewählt? Ja. Was hast du denn bekommen? Märchen. Gibt es Schlimmeres? Ja, das ist schon wahr, aber es gibt es halt auch besser oder so. Machen wir ja selber Start, ne? Ja. Ich glaube, ich gehe für Banana Bank Start. Funktioniert das? Wenn ich einen Wallschirm setze und halte... Kann ich den danach verkaufen? Ja. Ja. Ich probier's einfach aus, notfalls gehe ich Wahlschirm starten. Auch nicht schlimm. So. Banana Bank. I see it. Warte, kannst du jetzt... Jetzt kann man ja mit... Wenn man Growth spielt, immer Banana Bank starten. Weil der Wallschirm ja so hält. Ja. Ja. Und die Lags sind real. Oh ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das nur bei mir ist und dann so. Ne, es liegt gerade, glaube ich, am Server. Ich schicke auf Nightmare. Okay. Oh, nicht wahr. Okay, zwei. Ganze... Angeblich 120 FPS, aber ich glaube dem Ganzen nicht. Ja, gut. Mit ab und zu Standbildern. Die 120 FPS, gerade zwei Sekunden. Nein. Es geht. Man kann Banana Bank starten. Ja, das hätte ich dir auch sagen können. Krass, aber... Normalerweise könntest du ja auch mit Honey Flower anfangen, wieder verkaufen und dann auch bei Banana Bank. Echt? Aber nur wenn er einen Snatch schickt. Ne, ne. Mit... Ne, ne. Honey Flower hat nur... Mit Honey Flower hat es so funktioniert, wenn er Snail geschickt hat. Da fehlten dir, glaube ich, 5 Gold. Ja. Dann war irgendwie sowas, oder? Ja. Ja. The Nightmare Dude würde ich echt gerne die Fiend schicken, aber ich krieg die Fiend noch nicht hin, weil ich Nightmare gestartet bin. Äh, irgendeine Banana Bank. Ja. Dino. Set Story. Gehen wir Dino auf... Okay. Soviel dazu. Ich geh deine auf 4. Ja, das ist klar. Wird witzig. Ja. Ich krieg jetzt ein... Ich hab für dich mit. Und... Falls du nicht hältst. Können die Legs mal weggehen? Das wär ganz nice, ne? Ah, ich bin mir nicht sicher, wie ich halte. Also ich bin Zweifelsfrage. Die Brew ist... ziemlich fast. Ja, Brew ist gemein. Ah, du hast sie. Ja, ja. Die Brew. Da muss er halt noch die ganze Wipe haben. Was ist das? Nee. Ach, Lille. Dein Typ liegt, glaub ich, auch? Hoffe ich doch mal. Die Fiend kommt durch. Ach. Jo, nice. Das wärm ich doch mal, ne? Ah, ich kann noch nen Worker geben. Danke. 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 Ich schaff den Dino aber nicht vom Income. Is that sorry? So, wait, sollte ich so haben? Ich hab zweimal PS. Müsste ich eigentlich so halten? Ja, krieg's hin. Du hast die Tempest, dann ballert der auf die anderen. Boah, ja, stimmt ja. Bonus Damage. Anflug einhalten. Pam, 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 pam. Ich hab auch nicht drin gedacht. Alter. Ich hab manchmal einfach Standbilder. Richtig. Nervenaufreibend. Ich hab noch nen siebten Worker. Ich hab noch nen siebten Worker. So, okay. Oh, das sieht nicht gut aus. Der Dino ist weg. Und das Nightmare hält einfach gut. Der Wave. Sad, sad. Sad. So. So, welche Worker finden wir jetzt? B-b-b-b. Ähm. Ja. Gute Frage. Wo ist einer schlecht? Sieben, würd ich sagen. Oh ja, klingt gut. Sieben klingt nice. Standbilder. Gibt's an mir? Habe ich irgendwas offen? Windows Task Manager. CPU rastet aus. Warum? CPU rastet aus. Ah, ich weiß woran's liegt. Ich sollte vielleicht nicht nehmen. Ah, das wird gleich besser. Es tut mir leid. Mein Ding. Ja, nicht wegen dir. Ich entschuldige dich bei deinem PC. Nee, nee, ich entschuldige mich bei den Leuten, die das eventuell gucken. Später. Oh. Oh, stimmt. Die Aufnahme. Never forget about the Aufnahme, jo. Oh, ja, stimmt. Oh, ja, stimmt. Wann nicht nur? Das frage ich mich halt auch. Händen noch ein Gargoyle dran. Das funktioniert schon. Ja, jetzt schau ich losse. Ich könnte jetzt hart liegen, wenn da jetzt ein Doppel-Dot kommt. Nee, meiner schickt die ganze Zeit, das ist merkwürdig. Wo ist denn mein perfekter Tank? Dein Tank? Ist das nicht der Berserker? Ach nee, ich spiel nebenbei noch das Handyspiel. Ich spiel nebenbei noch dieses andere. Oh, ich halte den Tank und der hat dann einfach weggelaufen. Hinfort! Wir schicken ihn allerdings, ne? Jetzt. Ja. Ich spiel mir erst mal an, was er hat. Ja, ich frag mich halt, auf was ich gehe. Die ganze Menge scheißen. Deine Lizard? Deine Lizard klingt nett. Oh mein Gott! Ich schneide mich einfach die ganze Zeit rein. Du liegst! Es liegt an dir! Ich schlitte mich einfach mal an! Ich bin so sorry! Das ist einer, nicht so, oder? Wann? Ich schlafe mich nicht? Ich bin so sorry! Ich bin so sorry! Ich bin so sorry! gut ich will doch in den leser noch eine lisa bitte bitte lisa kommt schon ich hoffe die kriegen jetzt mal jetzt schon ein patch das dennoch jetzt vollkommen ja das stimmt hat dann er liegt ordentlich ist ja das momentan noch so aus meiner eher weniger dann sieht es auch nicht so gut aus die gar was mit dem leisten ziemlich krass ja das war in diesem ehrelecht letzten gehen wir 11 das sieht nicht so aus als würden die liegen so was soll ich jetzt das ist halt so gut wenn du ein Tempest hast aber sonst keine andere Flügeinheiten haben wieso ach so bestimmt das ist halt echt dumm warum ist der Tempest die können es ja wenigstens so machen dass die Veterans später halt trotzdem fliegen also wenn man sie ausbaut ja der hat zum Smart das war ja schon krass die Niederbank down nein hab dich aber ja ich hab dich auch kein Ding haha oh ja der kann auch bei ja und gesteckt Glücklich ein Ghost Knight hin, wenn die Waves nicht so schnell geklärt werden. Ich sende es nicht, sie save'n! Ja. Ätzend, wenn die auch so mit sowas anfangen. Ja. Sie können keine Worker geben. Das ist blöd. Ich hab eh nicht viele. Ich hab echt nicht viele. Meiner schafft 80 jede Runde. Das heißt, der hat ungefähr 8 Worker, oder? Kommt doch hin. Oder ist mein Mathe grad kacke? Ich glaub, mein Mathe ist kacke. Danke. Ja. Auch wichtig ist, dass man ehrlich ist. Du bist kacke. Love it. Und hier. 14.5 Räden drauf. Nee, das ist schon wenig. 1390. Nee. Ach, wenn ich das anklicke? Nee. Ah, ich... Man kann die Waves anklicken, dann fliegt man zu der Lane, wo das ist. Das ist ja krass. Hier, diese Teile hier. Wenn du die mit Linkslink anklickst, dann fliegst du zu der Lane, wo das ist. Faszinierend, oder? Oh. 140. Ja, das geht. Ich schicke hier auf... Noxarag. Und der hat... Ja. Kriegt ein Ghost Knight. Ich hab einmal die Devil Brute bekommen. Oh, my God. Ja, ich hab auch zwei Brutes, glaub ich. Ja, zwei Brutes und der... Na, Triple Brute. Ja, Triple Brute. Ah, Triple Brute. Ah, das ist natürlich sehr ängerlich. Und wir können trotzdem was werden. Auf jeden Fall ist das Ding extrem low. 700... Naja, es wird nix. 530. 100 mehr. Der King hat da... Ich schaue auf einen Ghost Knight, ne? Ja. Easy. Mit dem League... 100%ig. Ja, mit dem League weiß ich nicht, ob der Ghost Knight auch so 100%ig gut ist. Warum denn nicht? Naja, die kriegen eine ganze Menge Gold. Ja, aber die sind trotzdem schlecht auf der Wave. Warum sollte der Ghost Knight schlechter werden, weil die Geld kriegen? Jeder Sand wird schlechter. Wenn die Geld kriegen. Ja... Ähm... Was ist besser auf den Berserker? Hero, oder? Äh, Hero gibt auch noch Attack Damage. Und der Willen gibt halt, äh, Bonus Damage gegen dieselbe Einheit. Also, ich glaub dieser Bonus Damage ist besser. Also, Willen. Ja, doch, Willen ist besser. Doch, ein Berserker. Und jetzt noch Snails. Ich bin halt nur auf 8. Ja, ich bin gerade auch nur auf 10. Der League war nicht so nice. Ja. Ja. Nochmal 120. Die sind gerade Worker gegangen. Ja. Das ist... Das ist schön. I like. Mein Typ hat das. Der hat nämlich ne Dingesflower gebaut. Ne, Deathcap meinst du? Ja. Meinst du, der hat das? Ich weiß, ich sieht das auch nicht. Ne, ne, meiner liegt drüber. Ja. Wurde grad sagen. Ich weiß es halt nicht. Da ist halt noch so... Da ist halt noch so viel Kleinkram dabei. Ja, bei meinem auch. Die Gateguards sind eklig. Aber das sieht bei mir auch so aus. Wir müssen, glaub ich, länger saven auf einen Centauron. Die gehen beide diese eklige Gateguard... ...massive Scheißmann erhält. Ekelhaft. Ja, ich halt nicht. Das besorgt. Das ist ja grad so viel schon, aber... Ah, Centauron. Wo macht Centauron? Am meisten sind 13 und 14, ne? Geh mal 13, wenn wir es schaffen. Also wir saven jetzt einfach so lange, bis wir ein Centauron zusammen haben, dann gucken wir mal, wo wir bleiben. Ich denke auch. Ich denke auch. Ich denke auch mal, das ist selts. Ja. Bei der Hoffnung bin ich dabei. Denn... Value machen schon. Aber ich sollte es trotzdem haben. Und die saven wieder? Die gehen auf 13. Oder auf 14. Die sammeln lassen voll. Ja, ich hab das sogar. Nice. Nice. Ja, traurig genug, dass ich bei ohne Cent schon unsicher bin. Ja, halten alle. Einweilig. So... Bone Warriors sind richtig krass auf der Wave. Ja, natürlich. Und gute Stats für die Wave, ne? Ja. Die kannst du dir trotzdem mal... Nee, die... Die... Die halten, glaube ich, zwei Schläge aus. Was ist das? Das macht was aus. Zwei Hiebe? Ja. Wenn du die Spamst... Ich hoffe, der Millenium macht Work. Kannst er das schon fast fast bringen. Lol. Auf welche Wave gehen die? Gehen die auf eine Magic Wave? Warum ist da eine Canopy so groß? Bei wem? Bei mir? Eine Canopy war doppelt so groß wie der andere. Ich bin aber nicht auf Hero auf ihm gegangen. Der Hero hat die Banane Bank. Piu! Millenium noch mal! Piu! I like. Sehr schön. Krieg ich noch ein Millenium? Jaaa, I like. Selenium Spam und hoffen, dass es hält. Ja. Ich bin 600 Untervalue. Naja... Man tut was man kann. Joa... Ca. 600. Mehr Ranger. Ich hab die Paaren, was ich konnte. Ich hab jetzt einen Cent tausend zusammen. Ich nicht. Schaddi. Du hast ja auch so ein paar mehr Work als ich. Das stimmt. Hm... 14? Hei du nur da in der Stand? Hm... Hm... 14? Hei du nur da in der Stand? Hm... Ich will den so lange überleben. Ja, lass 16 schicken. Ja... Ja... Mein Typ hat ja nur diese ganzen Bass und so. Ja... Das ist ja relativ egal. So, noch ein Millenium. So, ein Gargoyle hinten, ne? Klärt. So, jetzt bin ich fast 1000 Untervalue. 800. Ja genau, 900. Aber Millenium sollten klären, ne? Ja, Millenium sind ja gut. Seitdem die nur auch einen Supply wegnehmen, sind die halt echt gar nicht mal so bad. Ja. Aber auf 16 sollte ich den haben. Ja, die gehen auch auf 16, wie es scheint. Ja, aber das ist ja auch gar nicht so blöd eigentlich. So, schicken wir. Ja. Oh mein Gott, ich halte die, wo ich schon kaum... Hätten die geschickt, hätten wir jetzt schon gelübt, naja. Ah, das wird schwierig. Hätten die geschickt, wäre das Game zu Ende. Okay. Gute Voraussetzung. Ja. Vor allen Dingen werden wir gleich sowas vom Destroy. Ja, hoffentlich nicht. Du, das hoffentlich nicht. Rettet uns auch nicht. Krieg ich noch ne Maulhemd? Ne. Wenn da jetzt ein 200er sein kommt, dann lach ich. Ne. Da kommt schon, ich glaub so um die 700, 800. Ja. Das sollt schon doppelt so viel sein wie bei uns. 700, 580 ist echt wenig. Ja. Wobei ich halt sagen muss, ähm, haben wir das wohl trotzdem nicht. Ne, ich auch nicht. Da haben wir am Anfang irgendwie echt reingeintet. Ja. Ah, push mit Doppelwalker. Ja. Vor allem die halten auch noch. Also meiner Held, glaub ich. Ne, deiner Held. Ja. So. Jetzt die Tauere macht kein Klang gegen Flugbeinheiten. Hup. Wir haben's vergessen. Echt? Macht er nicht? Ne, der macht, der mag reduzieren, der Milch. Guck. Weißt du?